Jeder trägt ein Smartphone mit sich herum, die Waschmaschine steuern wir wahrscheinlich bald schon per App. Ja, die Technik entwickelt sich immer schneller weiter, es ist nicht mehr aufzuhalten. Herzlich willkommen bei technik.infranken.de oder auch beim Technik-Michel, das bin ich, Johannes Michel. Jetzt werdet ihr fragen, ja warum gerade ich? Naja, meine Freunde und Bekannten würden das mit einem Blick in folgende Ecke beantworten. Ja, das sind gar nicht alle Handys, die ich jemals in meinem Leben schon besessen habe. Man verkauft ja auch immer das ein oder andere. Einige gibt es auch noch hier drüben. Moment, wandern wir mal schnell. Ja, also da haben wir zum Beispiel mein erstes Handy aus den 1990er Jahren, Ende der 1990er, so sah das damals aus. Oder mein erstes Smartphone von Ericsson mit riesigem Display für die damalige Zeit. Kann man hier zuklappen und wie ein normales Handy bedienen. Oder das erste Smartphone, das ich besaß, mit dem man auch wirklich schon Apps nutzen konnte, hier noch mit Volltastatur. Oder sowas, das kennt ihr dann natürlich schon. Ja, solche Dinge möchte ich euch in nächster Zeit hier bei technik.infranken.de vorstellen und natürlich noch vieles mehr. Tablets, Hi-Fi, Fotografie, Fernseher, alles was irgendwie technische Relevanz hat. Ich freue mich, wenn ihr öfters mal reinschaut, die Videos anguckt, Beiträge lest, bei Facebook teilt und so weiter. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!